Wir haben die Informationen der abtrünnigen Agents ausgewertet und klare Hinweise, dass China auf Liberty Island ist. Holen wir uns den scheiß Kern. Wir treffen uns am Fährterminal am Battery Park und dann kümmern wir uns darum. Agent, die Black Tusks waren schneller und haben die Fähre gesprengt. Ich habe mich auf einer anderen Fähre versteckt. Sie haben mich noch nicht entdeckt, aber allein schaffe ich die nicht. Wir müssen nach Liberty Island, um China zu erledigen. Aber dafür müssen sie erst die Black Tusks am Terminal ausschalten und ein Schiff sichern. Am besten das, auf dem ich mich gerade befinde. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Achtung! Schuss! Das war's. Mann verloren! Das hat gesessen! Warte auf der Finale! Warte auf der Finale! Feindliches Ziel gesichtet! Wer? Warte auf der Finale! Warte auf der Finale! Warte auf der Finale! Warte auf der Finale! Warte auf! Zündung in 3, 2, 1! Warte auf der Finale! 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 Sprengstoff entdeckt. Sprengstoff entdeckt. Sprengstoff entdeckt. Sprengstoff entdeckt. Ich komme Agent braucht ver- Sprengstoff entdeckt Entfällt dir das Arschlo? Entfällt dir das Arschloch? Entfällt dir das Arschloch? 1 Scheiße! Kippen! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich! Lass mich! System gedrosselt! Domeaufschicht! Wo ist das Ziel? Hier! Dr. Zentrum! System wieder hergestellt! Drei versetzte ich an! Drei versetzte ich! Töne! Drei! Drei! Das war's für heute. 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 Wir brauchen jetzt ein Ee ounce. Sir, die Division nähert sich dem Razorback. Dem Razorback darf nichts passieren. Wir brauchen seine Drohnen ins Kino zuorten und auszuschalten. Verteidigen Sie ihn. Razorback entdeckt. Schlagpunkte entdeckt. Schlagpunkte entdeckt. Nachlassen! Vorrücken! Mann verloren! Du musst nicht laden! Fuck! Die Tangos haben eine Drohne! Der Terkel wird unterlegt! Schwede Verwundung entdeckt! Die Kaffee wirst! Die Kaffee wirst! Die Kaffee wirst! Der Teufel! Check auf der Stärkung. Achtung! Das war's. Er ist getroffen. Verstanden. Nachbar. Munition verbraucht. 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 Schlachtfunkte entdeckt. 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 Was tun wir, Sir? Aber das Signal wird gestört. Wir haben keinen Zugriff! Verdammt! Nun! 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Wir sind hier fertig Bleiben wohl nur noch wir, Agent Mein Aufenthaltsort ist bekannt Ich warte Ich warte Feinde entdeckt Echo entdeckt Ihr wisst, wozu ich fähig bin Ihr glaubt, Ressourcen seien begrenzt Meine sind endlos Weiter, nur noch ein paar Schritte Agent braucht Verstärkung Ihr habt ein Vorgeschaut bekommen, was Eclipse kann Chanenko, Vivian, Dragoff, Kajika und der kleine Theo Sie alle hatten ihren Auftritt Aber wie bei jedem großen Auftritt Kennt nur der Regisseur den Zusammenhang Wenn die Helferleinen über das Gesamtbild nachdenken Helfen sie nicht mehr Die Kriners, die Rikers Egal ob ihr genug Wasserflaschen habt, um die Zivilisten glücklich zu machen Ihr wart so abgelenkt, dass ihr nicht das große Ganze gesehen habt Damit habt ihr mein Vermächtnis gesichert Tragbares elektronisches Gerätserkant Datenbereinigung eingeleitet Wenn du nie die Kontrolle übernimmst, wirst du sie nie haben Das ist der Unterschied zwischen uns Darum bist du immer noch älter der Liebe Rotes Verbrengergeschütz entdeckt Rote Stürmerkrone entdeckt Welcher Drohnenstock entdeckt? Rote Sprengsuchermine Rotes Sturmgeschütz Ha 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 Das war's für heute. Das war's für heute. System unterbrochen. System reaktiviert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, du verstehst mich. Ich tue das nicht für mich. Ich tue es für uns alle. Von dir verlange ich nur, deinen Geist zu öffnen. Rotes Sturmgeschütz entdeckt. Rotes Verbrennergeschütz entdeckt. Roten Schatteldrohstoff entdeckt. Roten Scharfschützenturm entdeckt. Schläge Verwundung entdeckt. Rote Sturmabrohne entdeckt. Stattikrempf angeschaut. Das liegt sie. Unglaublich ist es vollbracht. Ein neuer Morgen beginnt. Stattikrempf angeschaut. 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 zu werden. Wer weiß, wenn du den Höhepunkt meiner Arbeit erlebst, begreifst du vielleicht, was ich vollbringen will. Erste Startsequenz aktiviert. Unbekannte biologische Verbindung entdeckt. Richtig. Da ist ein Eclipse-Sprengkopf auf der Rakete. Absurd. Du verschwendest dein Talent und deinen Einsatz. Du hättest es wundervoll bringen können. Endlich tragisch. Schau, du bist Turm entdeckt. Ich glaube, du verstehst mich. Ich tue das nicht für mich. Ich tue es für uns alle. Von dir verlange ich nur, dein Geist zu dir öffnen. Rotes Verbindunggeschütze entdeckt. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Roten Stecher-Drohnstock entdeckt. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Der Sprengkopf wird in der gesamten Stadt den Reset-Knopf drücken. Ein Neuanfang. Wir beide haben dieses Ziel. Bekleinige nur den Prozess. Lebensfunktionen kritisch. Rotes Sturmgeschütz entdeckt. Rotes Sturmgeschütz entdeckt. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Kein Lebenszeichen bei Agent. Startsequenzen abgeschlossen. Wuhu! Da fliegt sie. Unglaublich. Es ist vollbracht. Ein neuer Morgen beginnt. Klasse. Geschafft. Ich hatte schon Angst, dass du das große Finale verpasst. Du hast es dir verdient, Zeuge dieses Neuanfangs zu werden. Wer weiß. Wenn du den Höhepunkt meiner Arbeit erlebst, begreifst du vielleicht, was ich vollbringen will. Erste Startsequenz aktiviert. Unbekannte biologische Verbindung entdeckt. Richtig. Da ist ein Eclipse-Sprengkopf auf der Rakete. Abzogen. Roten Scharfschützenturm entdeckt. Rote Sturmadrone entdeckt. Du verschwendest dein Talent und deinen Einsatz. Du hättest Wunder vollbringen können. Elitrath. Ich glaube, du verstehst. Ich tue das nicht für mich. Ich tue es für uns alle. Von dir verlange ich nur, deine Geilheit zu öffnen. Ich tue es für mich. Roten Schächer-Drohnenstock entdeckt. Tragbares Gerät erkannt. Rotes Artilleriegeschütz entdeckt. Roten Schächer-Drohnenstock entdeckt. Rotes Verbrennergeschütz entdeckt. Roten Schächer-Drohnenstock entdeckt. Roten Schächer-Drohnenstock entdeckt. Roten Schächer-Drohnenstock entdeckt. Rote Verteidiger-Drohnenstock entdeckt. Rotes Arme Schächer-Drohnenstock entdeckt. Rote Schächer-Drohnenstock entdeckt. Es ist bald vorbei, Agent. Oh, noch nicht genug? Gut, von Drohnen würde ich ja nicht gern verfolgt werden. Na, schon mal Erfahrung mit Zuckerwienen gemacht? Was? Sterb doch, endlich! Was hat denn da der Spaß? Schwere Verwundung entdeckt! Na, genau! Na, ich bin, wie geht es weiter? Schon mal von einem Chemwerfer getroffen worden? Hieraus wirst du dich nicht winden, weg ist! Lebensfunktionen kritisch! Achung mit Drohnen, Agent. Ach, du bist stur, hm? Beschissener Idiot bist du auch! Eine Sekunde! Ich muss nachladen! Was? Stirb doch! Endlich! So, mal hinterfragen, wie sich die Opfer solcher Spielzeuge fühlen! Mutig! Das gefällt mir! Hey, wer ist mit Dutten? Wir müssen gehen! Ist unsere Berbung bereit? Ein Boot erwartet dich und ein Team in der Jamaika-Bucht. Sicher, dass du den Einsatz nicht leiten kannst? Dein Team ist perfekt. Ihr arbeitet gut zusammen und ich weiß, dass ihr die Dinge entwürfen könnt. Ich wünsche, dass wir uns mitkommen! Ich kann New York nicht verlassen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Und meine Leute sind keine Gute. Schon klar! Wir können dennoch mehr Leute gebrauchen! Falls etwas schief... Keine Sorge, sie gehen nicht schutzlos. Conley hat ihnen ein Geschenk dagelassen. Wird ihnen gefallen, aber sie müssen es füttern. Rote Sprengsucher-Mine entdeckt. Es... Es stört doch! Endlich! Rote Verteidiger-Drohne entdeckt. System getroffen! Roten Schecher-Drohnen-Stock entdeckt. Rote Flickersucher-Mine entdeckt. Rote Stürmer-Drohne entdeckt. Rotes Artillerie-Geschütz entdeckt. Rote Splendor-Drohnen-Drohnen-Drohnen-Drohnen-Drohnen-Drohnen-Drohnen. Endlich ein tödiger Gegner! Jetzt stirb doch! Endlich! Sieh! Du hast durchaus Talent. Was für ein Verschwender. Ich brauche ein Reparatur-Kit. Wer hätte gedacht, dass ich das einsetzen muss? Ich hoffe, Geschütze sind noch angesagt. Du hast keine Vision und keine Ahnung. Du bist eine geistlose Krone. Ich bin da der Sprache. Ich bin da gerettet. Gerade nach! Keine Säbefall! Du versuchst mich gerade! Ich muss ja nur ein bisschen verstanden ein Brudel! schon mal hinterfragt wie sich die opfer solcher schwere verwundung entdeckt du hast durchaus talent ein echtes stück scheiße lebensfunktionen kritisch als würde man auf dosen hieraus wirst du dich nicht wenden vergiss es schwere verwundung entdeckt aber das musst du sicher schon rotes verbrenner geschütz entdeckt roten schächer drohnenstock entdeckt wir haben alle drohen du hast keine vision und keine ahnung du bist eine geistlose drohne du bist eine geistlose drohne jetzt entdeckst du es ich hoffe geschütze sind noch angesagt ich werde viel spaß haben rote sturmadrone entdeckt ich dachte mir das war für eine Herausforderung Haha, so gefällt mir das. Vorsicht, Agent, Sie seien genug gespielt. Es ist bald vorbei, Agent. Oh, bleib in deiner Sprache. Ach, du bist stur, hm? Ein beschissener Idiot bist du auch. Agent, bin unterwegs. Holen Sie sich Kina. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Rote Verteidigerdrohne entdeckt. System wiederher... Das war's, Kina. Keine Bewegung. Meine Zeit ist um. Warte, was tust du da? Was hast du getan, Kina? Ihr habt ja keine Ahnung, was euch mir vorstellt. Abtrünniger Agent gestorben. Fuck! Fahr zur Hölle! Na los. Gehen wir zurück nach Haven. Gegnerisches Signal abgehört. Schäfer, melden. Schäfer? Schäfer? Schäfer, hören Sie? Ich höre. Rückzug. Kina ist tot. Er hat das Netzwerk aktiviert. Welcher Schaden? Pornels Uhr sammelt die Daten. Scheinen alle zu sein. Scheiße, mehr Abtrünnige. Genau das, was wir jetzt brauchen. Nein, das ist perfekt. Das zwingt die Division in die Knie. Und jetzt vernichten wir sie. Und jetzt vernichten wir sie. Ein für allemal. Wir wissen von einer neuen Zelle der Abtrünnigen. Wir haben eine Menge über Chinas Abtrünnigen-Netzwerk gehört. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Zelle im Moment ein Angriff in DC plant. Ihre Anführerin ist Molly Henderson, Deckname Jupiter. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Wir wissen, dass sie mit China in Kontakt steht und etwas Großes in Washington plant. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die Gelegenheit bekommt, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Chadwick Branton, Deckname Neptune. Früher Flugingenieur. Wir glauben, er hat die Basisinfrastruktur sabotiert und mehrere JTF-Mitglieder getötet. Lucy Anders, Deckname Venus. Sie hat monatelang wichtigen Nachschub gestohlen. Exzellente Scharfschützin. Mary Masters, Deckname Saturn. Wir glauben, dass sie sich um die Logistik kümmert, aber ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Brian Chegg, Deckname Merkur. Er wurde wegen Folter und Hinrichtungen für abtrünnig erklärt. Dieses widerwärtige Stück Scheiße stammt aus unserem eigenen Stall. Es wird keine leichte Aufgabe, die aufzuspüren. Viel Glück, Agent. Er ist wie der Onkel Rick und wouldn't you know it? Hör zu, das ist die Wahrheit, Leute. Benitez und die JTF würden ohne die Division am Arsch. Ja, es ist Zeit im Himmel nach Schweinen abzusuchen. Ihr hört's ja, die Bullen fliegen. Und ich muss meine Worte wohl zurücknehmen. Ich wollte nur sagen, tut mir leid wegen Faye. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum hat sie sich nur für die Black Tasks entschieden? Warum habe ich es nicht geahnt? Hat keiner. Sie hat alle getäuscht. Aber mich nicht. Ich habe ihr nie getraut. Niemals. Sie andererseits. Sie waren gut. Das gibt mir beinahe wieder Hoffnung. Beinahe. Übrigens, ins Netzwerk konnte ich nicht eindringen. Aber diese Uhr... So was habe ich noch nie gesehen. Nehmen Sie sie. Okay, ich verstehe, wenn Sie nach Hause wollen, aber... Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass Sie hier willkommen sind. Wir brauchen Hilfe. Und New York wird durch Sie sicherer sein. Danke. Es ist wirklich traurig. Aber Direktive 51 war notwendig. Ja, ich gebe es ungern zu, aber so ist es. Danke, Agents, für die Entwurmung von Big Apple. Wir schreiben euch was. Nein, ich werde die Entwurmung von Big Apple момент. Ich werde die Entwurmung von Witz im Nähe einer. Ich gehe es noch nicht aus. Integrationsprotokoll aktiviert. Unbekannter Benutzer erkannt. Unterroutinenzugriff verweigert. Lokale Überbrückung des Administrators. Administratorüberbrückung abgeschlossen. Verschlüsselte Subroutinen entdeckt. Analyse. Entschlüsselung abgeschlossen. Unterroutine beeinträchtigt. Synchronisierung läuft. Rootverzeichnis beeinträchtigt. Subroutine entsperrt und synchronisiert. Zusätzliche verschlüsselte Subroutinen entdeckt. Zurufe 您 Es laufen Operationen in D.C. und New York, die ihre Unterstützung erfordern. Bell ist ihr Pilot und steht für sie bereit. Keine Hemmungen. Sammeln Sie ein paar Flugmeilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viel Spaß. Lassen Sie sich nicht umbringen. Okay. Lassen Sie sich nicht umbringen. Lassen Sie sich nicht umbringen. Lassen Sie sich nicht umbringen. Das war's für heute. Martin Torres kann sie zum Kenley College transportieren. Sie betreten einen sicheren Bereich.